Moin Leute, herzlich willkommen zu Dead Island. Wir sind schon mal zum Resort gefahren. Wir müssen noch irgendwas an dem Boot basteln, hat er gesagt. Und dann können wir zum Gefängnis fahren. Hat er vorhin auch schon gesagt, beim letzten mal. Dann können wir zum Gefängnis fahren. Hat er noch eine neue Idee gehabt. Ah, was ist denn hier los? Ich habe keinen Ausdauer mehr. Ich liege am Boden. Ich darf nichts mehr machen. Mach Platz. Komm zu mir. Komm zu mir. Punkt. Mit dem Geld einsammeln, damit man noch weiter reparieren kann. So, äh, jetzt wieder zurück. Ja, ich habe da wohl eingesammelt. Ach so. Was, dann wieder zurück. Och, sei doch ruhig. Nicht. Let's go with the wasting time. Das sagen wir schon die ganze Zeit. Geh damit. Ja, ich warte. Chill mal noch eine Woche hier. Komm, hoffentlich verreckst du einfach wie die dreiste Art, ey. Hahaha. Komm, da sind Leute, die warten auf dich. Ja. Ja. Geht doch nicht so lang, schießt doch einfach. Gut. So, hauen weiter. Weinen kannst du auf dem Boot. Müssen wir jetzt nicht hier machen. Munitionsverschwendung. Mhm. Und Zombies anlocken. Mit Krach. Nix gelernt hat sie. Ja. Das lag jetzt nicht an uns. Ja. Natürlich. Wer hätte es ahnen können, dass man noch was anderes machen muss. Das ist unglaublich. Ah. Upsa. Warte mal, da war ein Schnellreisepunkt, ne? Ah, äh. Hast du mir zu spät gesagt. Ja? Ja, ich komme zum Labor. Jetzt habe ich nicht gesehen. Ich komme, ich komme ganz schnell. Da bin ich. Fack. Äh. Ne, sorry, ich war irgendwie, war meine Steuerung hier gerade komisch. Ja, wie immer in dem Spiel. Ähm. Ja, hat sich erledigt mit Heimittel, würde ich sagen. Einmal durchmähen, bitte. Und tot. Ja. Ich muss ihn jetzt nehmen. Mit der Laaren. Ja. 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 Wir müssen jetzt in den. Mit der Laaren. Ja. 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 Ja, die Hände. Ja. Ja, der ist voll motiv. Nein. Ja. ja bla 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 ja ich möchte die insel verlassen ja 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 das war so die modifikation die wir unbedingt erholen mussten ein paar stäbe damit wir minen schieben können jetzt mal keine bambusstangen für nehmen können die da überall rumst du ja dann lauf was mich das kann ja auch anders das war fähig geredet hast ja Ja. In Bötingerfern. Ja. We got weapons way better than guns. These people are immune, man. They get bit, they don't get infected. Maybe you could help each other out. Ow. We want to get to Block C. You heard what the lady said. We want to get to Block C. To White. He talked with us too, Brata. But somehow, we couldn't help each other. Nothing to train. You are my head. Maybe we can make a difference. I can't even cut your head. Yeah. Man, man, man. Okay. 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 Ja, ja, ja. Ja, mach geht. Ta, reparieren. Aufmachen. Ja, natürlich sind hier viele Untrote. Oder sonst. Die paar kommen da auch nicht mehr an. Ja. Ach Gott, so ein dicker. Ja, da machst du dran. Ich auch mal eben schon. Das ist okay. Komm, gib mal weg, ich muss da dran. Ja, klar. Ich stelle auf dem Steg von zwei Meter breite 30. Ja, ist gekommen. Ja, ich bin in den Runden. Ja, ich bin in den Runden. ja habe ich gemacht haben ja gut ein bisschen geld ich muss da hoch ach ja so steht denn hier so ein großer zombie auf dem durchgang weiß ich nicht warum hält er so viel aus hoffen keine ausdauer der alarm aus hat denn noch alles ja super jetzt bin ich umzingelt hier oder nach danke ja was kommt ja kommt ich weile mich darf ich nie anklicken zurück zack ja blablabla geht nicht lauf ja schulde es dort ist lauf keep going immer wohin wenn wir zu dem typen da geht es so scheint zu teiltes ja 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 die aus dem weg die geiften wie zu steht wies dich ja nicht dann so blöde sprüche bringen ja ja du bist nicht hinter uns bis vor uns wir sagen noch gott echt jetzt müssen wir machen die um bewegung bewegung Ja, ihr macht das schon, ich reparier meine Sachen. So, bitteschön. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Mhm. Gut. Nein, dafür bist du nicht hübsch genug. Ja, ich werde einmal reparieren, 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 reparieren. Einmal kurz gucken, ob sich das irgendwie was lohnt hier, um uns auszurüsten. Ja, klar, noch mehr so dicke, ey. Ging aus. Komm, geh drauf, danke. Aufmachen. Schießt ihr auf mich? Ja, bin unterwegs, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Da lang, da lang, hier lang. Löffelstil. Ganz genau. Der weiß nicht viel. Ich hab Kevin gefunden. Au, 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 oh, wieso schießt der denn auf mich? Arschkrampel. Ja, ja, ich verstehe. Brauchen Flüsse. Ja. Äh. Irgendwie haben Typen, so, irgendwie Typen töten, die lassen Flüsse fallen. Ja, schieb mal ein Jahr, kommst du hier rein, pump dann dir die um, alter. Tja. Ja, das sind wohl nicht mehr alle, ey. Ja, du Droll-Gall, bästert! Ja, du Droll-Gall, bästert! Ja, du Droll-Gall! Oh, ja, gehen wir mal in den Waffen-Lager. Ich komme, ich komme, oh, hä, wo bist du denn schon? Nein, ich laufe nicht die Tür durch. Oh, hier, Kevin. Klar, jetzt soll ich dich auch noch beschützen, hier, oder was? Ja, wir müssen den schützen. Komm, garantiert jetzt die Action an. Ja, natürlich. Keine Ausdauer, kann nix machen blablabla bereit? Ja 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 Mach auf Weil du so viel nützliches gemacht hast, da wird dann ne Karten durchgezogen Ja, du musst ein bisschen schauen, nur was daneben ist Ach, Monitionskiste Ich kann das nicht aufheben, wenn die Getar voll ist, ey Ich muss mal eben hier Guck mal, was hab ich denn Ich muss mal ganz kurz, wir müssen ganz kurz unterbrechen, wir sind sofort wieder für euch da So Leute, äh, sorgen für die kleine Unterbrechung Da sind wir wieder Und weiter geht's Auf, auf, zu neuen Schandtaten Na ja, hier haben wir Falten Zack Äh, das sieht an richtig Oh, wie soll ich denn Keine Hätte sich keine Waffe ausgerüstet Hoppala Ach, keine Ausdauer Mein Gott, dieses System, ne Fuck the fuck off Wo müssen wir denn überhaupt lang jetzt hier, verdammt Das ist Unzieht Äh, im devoir Bei ihren plats Wo mit dem euro wo müssen wir hin um zeichnen wirklich an unten kommen wir müssen zurück zu diesem zeit ist ja hier geht es runter klar oder wo ich bin es richtig schön deutsche tür aufgemacht naja das sieht bekannt aus aber guck mal jetzt kriegen wir wieder ein waypoint wenn du da bist hilfreich ja klar ja keiner oder was ich muss erstmal wegschmeißen äh du fallen lassen du fallen lassen du fallen lassen komm sofort so eben an der werkbank schauen so viel dazu sind die auch nicht wenn ich hier weg modifizieren so 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 ja ach komm so 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 schon zurück sehr gut so 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 you